Ein Titel vom März 2015, jetzt erst überarbeitet und endlich zum Aufzeichnen gebracht. Und wenn Kinder Augen fragen. Der Lauf in unserem Leben ist nicht immer leicht. Es gibt ein Ja und auch ein Nein und auch ein Vielleicht. Die Schule dieses Lebens wird jedem so gerecht. Es ist nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht. Jeder macht das Beste draus, so sieht in Wahrheit alles aus. Der eine schafft es, doch der andere schafft's nicht. Und höre zu, wenn das Schicksal zu dir spricht. Und wenn Kinder Augen fragen. Was willst du ihnen sagen? Was kommt, was geht, was bleibt? Was geschieht nach unserer Zeit? Warum sind die Wälder grün? Warum müssen alle gehen? Daheim kannst du dich wärmen. Alles andere wirst du lernen. Nutze deine Lebenszeit. Später ist Vergangenheit. Es geht weiter Stück um Stück. Doch es gibt niemals ein Zurück. Ein Kind, es läuft an deiner Hand und schaut hoch zu dir. Zu viele Fragen hab ich noch. Oh bitte, sag es mir. Es hat auch seine Sorgen. Und es hat auch sein Problem. Diese Zeit ist kompliziert. Egal was du fragst und wen. Willst du sagen, alles ist gerecht oder die Wahrheit? Vieles ist auch schlecht. Weil alles weißt auch du nicht. So ist das nun. Ich frage dich, was würdest du jetzt tun? Würdest du klagen über Dinge, die es nicht versteht? Oder sagen, dass es irgendwie immer weiterer geht? Und wenn Kinder Augen fragen, was willst du ihnen sagen? Was kommt, was geht, was bleibt? Was geschieht nach unserer Zeit? Warum sind die Wälder grün? Und warum müssen alle gehen? Daheim kannst du dich wärmen. Alles andere wirst du lernen. Und nutze deine Lebenszeit. Später ist Vergangenheit. Es geht weiter Stück um Stück. Doch es gibt was ein Zurück. Willst du klagen über Dinge, die es noch nicht versteht? Oder ihm erklären, dass es irgendwie immer weiter geht? Und wenn Kinder Augen fragen, was willst du ihnen sagen? Was kommt, was geht, was bleibt? Was geschieht nach unserer Zeit? Warum sind die Wälder grün? Warum müssen alle gehen? Daheim kannst du dich wärmen. Alles andere wirst du schon lernen. Komm, nutze deine Lebenszeit. Später ist Vergangenheit. Es geht weiter Stück um Stück. Doch es gibt niemals ein Zurück. Darum träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Wir haben versucht zu geben. Und besser ging's wohl kaum. Eines Tages wird es dann noch schlimm. Eines Tages, wir werden sehen, wenn die Kinder flüge sind und ihre eigenen Wege gehen. Oder er. Und besser ging's wohl kaum. Wo sind die Schmerz Wilson, Wo sind die R ape дела? Wo sind die Schmerz来 und regriffe? Wo sind die Schmerz wurde sheinstrum vor? Wo sind die Schmerz душ? Wo sind die Schmerz West? Wo sind die Schmerz Madam herr Gegner be procedures! Bis zum nächsten Mal.